Wo ist man? Freischer Aufgang. Sauber gehalten. Das ist nicht schlecht. Da hätten die Ohren noch ein bisschen mehr gespannt sein können, aber ja. Wahnsinns Ausdruck hier, was man hier geboten kriegt. Generell bisher auf jeden Fall sehr sauber. Ich finde sie auch performt gut zur Musik. Ihre Musik, Outfits, Choreografie, Körperformen passen wirklich gut zusammen. Touren harmonisch zusammen mit dem Pferd. So for Katarina's Freestyle, as I said in German, I don't know if you understand me very good. I really liked what she was able to do in such a small time playing with the music, the outfit and everything was fitting really good together. And she had, I think, lots of fun doing this Freestyle. So I will give a six. No, just kidding. A nine. Also wirklich, das war super. Super Ausführung der Übungen. Das Pferd sah sehr einfach zu turnen aus. Das war super Harmonie. Ich gebe ihr da mal eine neun. Die Kathi hat für mich ein gutes Programm gezeigt. Eine sehr runde Sache. Man merkt, dass sie Choreografie, Übungen und Musik aufeinander abgestimmt hat. Sie turnt ihr Programm von Anfang bis Ende sehr sauber durch. Daher kriegt sie von mir neun Punkte. Da war wirklich jeder Gang echt richtig gut aufeinander abgestimmt. Ich fand es auch gut, dass die alle Gerichte vegetarisch waren und einige auch vegan. Das hat mir echt sehr gut geschmeckt. Also in allen Bereichen, sowohl Trikot, Auswahl, Choreografie zu der Musik, die sie ja vorher nicht kannte. Und auch die Übungen, die sie gewählt haben, waren echt schwierig, abwechslungsreich und dann auch gut ausgeführt. Also Vorspeise, Hauptgang und Dessert fand ich top. Deswegen gibt es von mir hier zehn von zwanzig Punkten. Nein, zehn von zehn. Bis zum nächsten Mal.